ja wir sind heute in belgien sparr f23 ganz euch spielt das erste setup video oder was heißt setup video ich zeige hier mein setup für alle die das interessiert und da werden wir gleich mal reingehen ja es gibt viele möglichkeiten zurzeit ich kann auch noch nicht viel zu sagen ich fahre mit einem flügel 15 10 getriebe fahre ich 55 50 weil man ja so viel hat komme ich gut mit zurecht man muss halt wieder ein bisschen mehr aufpassen damit man sich nicht austritt aber man ist auch gut unterwegs so aufhängen ja seht ihr ja rechts rechts mittig mittig ja das sind meine radaufhängung das ist die 39 13 88 33 37 hätte gerne mal bremsen bremsen war ich hier ich stelle jetzt noch auf 58 aber auch noch höher gehen wenn das heck kommt 58 so ein mittel ding kann man gut bremsen wird und das meine reifendrücke 23 23 und 22 und 22 55 viel spaß wenn ihr noch ein paar tipps habe ich mich auch freuen wenn ihr das einschreiben würde ansonsten sollten wir drücken und dann sehen wir uns bald wieder auf der nächsten strecke chip chip